Der Klub ist wieder erstklassig. Nach dem Sieg in Sandhausen gab es beim Empfang zurück in Nürnberg nur ein Motto. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass so viele Leute mit dem Verein mitfiebern, ihr Herz letztendlich an dem Verein verloren haben und ich glaube, das war das Wichtigste, dass wir auch den Leuten, die zurückgeben konnten, ein neues Lebensgefühl vermittelt haben mit dem Sieg. Alle Leute in Nürnberg und Franken und alle Klubfans. Die Stimmung im Stadion war schon geil. Das gipfelt hier nochmal. Das ist jetzt erstmal nicht so zu beschreiben. Wir haben auf der Brustfahrt ein bisschen was mitbekommen, dass hier einiges los ist. Das ist, glaube ich, überragend. Für mich persönlich ist das einer der schönsten Tage meines Lebens. Das Wichtigste für Spieler und Trainer, die Fans. Liebe, glaube, Leidenschaft. Es ist euer Slogan, euer Spruch, der gründet für uns in der ganzen Saison. Liebe für diesen Verein, liebe für diese Mannschaft. Glaube an den Sieg, glaube an den Aufstieg und mit einer riesen Leidenschaft von uns und von euch. Vielen Dank. An so einem Abend ist auch Träumen erlaubt. Erstmal folgt am Sonntag das Endspiel um die Zweitligameisterschaft. Aber daran denkt beim Klub in dieser Nacht wohl noch niemand. Es wird immer zuntergehen.